Musik 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 Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Wir stehen gleich in Berlin! Musik Ladies and Gentlemen, heute begleiten wir unseren liebsten Ingmar. Er sieht unfassbar geil aus. Nicht nur das, er macht auch unfassbar geile Fotos. Hier ist er. Ich finde tatsächlich den Luki geil zum Fotografieren. Luki? Luki war gestern drin. Echt? Musik 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 Lass mich jetzt in Ruhe. Das ist ein Filter der Ingmar macht. Warte, warte, warte. Geil. Musik Wir laden! Musik 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 Ingmar hat ja den geilsten Nachnamen, den es gibt. Er heißt einfach Wein. Schorle. Musik Man kann mich aber auch Inge nennen. Oder Ingski. Ich hab Antje tatsächlich angeschrieben. So 2018 war das glaube ich. Schon echt ne Weile her. Und hab halt gesagt so, yo, ich hab Bock bei euch Bilder zu machen. Und dann kam irgendwann zurück vom Arne damals noch. So, dann kommen wir mal vorbei. Stuttgart-Wagenhalle war das noch. Ende 2018, das Heimspiel damals. Und das hat sich dann so ergeben. Musik Also ich finde auch den Filmer echt tatsächlich ganz cool. Der stellt mir auch immer so gerne Fragen vor der Kamera. Liebt das total. Wenn ich hier so da sitzen kann und einem so ein bisschen erzählen kann. Ich muss ja auch nicht arbeiten, dass er hier so Bilder macht oder sowas. Nö. Finde ich es cool, wenn er mich einfach so wegnimmt und wir einfach reden können. Ist geil. Aber was macht man nicht für Youtube, gell? Also liken, kommentieren, abonniert. Geil. Musik 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 Vollgerauchter Kellerclub Kennengelernt Musik 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 Noch schneller geliebt, ineinander versunken und dann wieder entfernt. Eine geliebte Silhouette, alles was blieb, zu den Beatstakes, das erste Mal getanzt. Südzen mühchi ober dir die Psyche